WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bist du bereit? Du hast Glück, du bist bei es. Du kannst überall hin. Kannst du nicht wenigstens mal so tun, als ob du Angst hättest? Ich gehe nicht mit Fotografen aus. Ihr habt miese Arbeitszeiten. Und ihr seid verrückt. Und es gibt noch eine Menge anderes Schlimmes. Ich bin Fotograf. Ich möchte gern Ihre Sicht der Dinge hören. Es ist das Foto eines Weißen, das die Weißen für ihre Zwecke benutzen. Aufhören! Dann machen Sie keine Bilder. Und wenn er unschuldig ist, das ist egal. Die Leute hatten recht. Alle, die gesagt haben, dass unser Job darin besteht, dass wir nur da sitzen, um den Leuten beim Sterben zu zusehen. Die sind zu plastisch. Du weißt, dass wir die Fotos nicht verwenden dürfen. Was mache ich dann hier draußen? Was ist mit dir los? Dieses verdammte Land. Ich hasse alles. Die Regierung will damit zeigen, dass wir Tiere uns nicht selbst regieren können. Und wie sehen Sie das? Ich werde verfolgt von schrecklichen Erinnerungen, an Tötungen und Leichen, an Zorn und Schmerz. Und wie sehen Sie Williams. Die Regierung ist alle verrückte Leichen. Aber erstens nicht alleine! Untertitelung des ZDF, 2020